Auf die Plätze, fertig, los! Jo, auf geht's! So, also, was hast du gesagt, Holz? Ja, einfach nach links runter rennen. Von Zombies oder was so, da ist nicht ablenken lassen. Verbrennen, eh! Das ist scheiße, da sind Bogenschützen, das ist ein bisschen kacke. Wir nehmen uns jetzt einfach hier das Holz, irgendwo in der Mitte, macht ihr Dings und dann bauen wir hier direkt mittig was ab. So. Auf geht's! Los, 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 los! Ich weiß nicht, wie... Sind das auch alle zwei Anfänger? Oh scheiße, okay. Gut, so viel dazu. Ja. Genau, so viel dazu. Du bist nur... Moment, ne... Ne, hier sind doch Bogenschützen, verdammte Axt. Darf ich schon kommen? Los, los mit hierher. Hier ist eine kleine Höhle. Da können wir auch Steine abfahren. So. Mal hier. Was ist das? Was ist das für einer? Ja. Das ist Max scharf. Mach dir platt. Ja, wie denn? Mit einem Baumstamm. Ohr. Ja, ich hab'n. Ich hab'n. Schmeiß' mir mal drei, vier Dirtbag-Blöcke runter. Ähm. Moment. Ähm. Du? Nein. Achso, Holz hab' ich selber. Scheiße! Verdammt! Okay. Ich geh'n hier über die unten rein. Oh, Creeper. Ähm. Ich geh' wieder zurück. Oh, hier ist noch ein Spawner-Gebiet. Na, es geht ja schon mal gleich so gut los hier, ey. Ja. Ich wusste nämlich fast, dass er hier unten irgendwo hockt. Er kommt schon wieder. Ja, ich bin... Nochmal abwehren wird aber schwierig. Bist du da unten noch? Ja. Gut, ich werfe dir jetzt mein Zeug runter, weil ich beim nächsten Angriff von ihm tot bin. Jawohl, scheiße. Kam nicht mehr dazu. Verdammt! Ich fühl'n aber immer noch 2 zu 1. Ja, ich hab' ihn auch getötet. Sehr gut. Ich hab' ja schon ein Schwert gemacht. Sehr gut. Jetzt muss ja auf jeden Fall hier erstmal weg. Jaja. Aber nimm das Zeug mit, was er da hat. Oh, da kommt auch schon wieder der Pfeifengob. Jaja, der ist schnell. Ja, aber ich hab' ja ein Schwert. Ich muss das mal weg hier. Wer ist denn das hier? Aprisos, komm mal mit, der kommt schon wieder hinter dir. Da kommt der Ramagani. Ja, ich muss mir ja erstmal irgendwas... Komm her, komm her, komm her. Ja, alles klar. Warte, hier, die bauen schon wieder hier. So, weiter. Naja. Wo sind die denn schon wieder? Ja, wo, wo? Nein! Wir haben uns den Schwamm geklaut. Das meine ich halt. Der hat uns abgelenkt und die haben den Schwamm geklaut. Super, wo ist unser Schwamm? Ja, jetzt wieder bei uns. Ja, das heißt, wir sollten jetzt mal in die Richtung gehen. Ja. Ich mach' jetzt hier meine Tauchaktion. Also, falls du da dir noch ein Schwert machst, kannst du die mal angreifen. Ich versuche mal versteckt unter dem Wasser zu denen rüber zu schwimmen. Wo ist denn jetzt eigentlich unser Schwamm? Ja, links. Wieder auf unserem Blog oben drauf. Du kannst den natürlich auch versuchen zu sichern, irgendwie einzubauen oder so. Aber scheiße, unser fehlt schon wieder. Ja, ich weiß noch nicht mal, wo der Schwamm ist. Ich seh den noch nicht mal hier. Da kommt Ramagani angelaufen. Hier drüben ist Ramagani. Und Scharf tötet mich. Nein, ich hab aber gar nicht was gehabt. Und dann tötet der mich. Scheiß Scharf da. Mäh. Das Scharf. Ich hab ihn aber gekriegt. Ich hab bloß den Schwamm nicht. Hast du jetzt noch irgendwas an Inventar an Rohstoffen oder sonst irgendwas. Ich hab, äh, ne. Ich hab den Falschen getötet. Hier, warte, 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 warte. Hier, warte. Stopp, Schwert. wo ist jetzt unser verdammtes schwamm hier oben auf dem teil drauf oben versucht den mal zu schützen wir müssen noch irgendwie dadurch dass ich hier gucken kann das geht ja schon richtig gut los hier ich habe keine ahnung von dem spiel und dann sowas hier müssen wir auf jeden fall beschäftigen und da kommt scharf da kommt es gab es von rechts irgendwie das scharf sehe ich ja den den hole ich mal ins wasser der wird mir folgen und da kommt ramaghani ich mache mal hier wieder zu die die zumindest ist einer scheint mir zu folgen vielleicht kriege ich ihren schwamm schneller also die werden jetzt eigentlich mal zu dir kommen versuche ihren schwamm schneller zu kriegen aber hier kommt noch keiner weil ich hier in beschäftige das haben wir gar nicht den warst ja versuch mal versuch jetzt mal anzukommen ich scheine den hier ein bisschen zu beschäftigen ich würde ja wissen wo scharf ist das ist eine berechtigte frage aber das ist das problem ist scharf kennt die map ja deswegen wollte ich ja auch mal mit jemanden spielen zu vier die 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 map nicht kennen aber hat sich ja noch nicht ergeben also leute wenn ihr wenn ihr wenn ihr hier mal mitspielen wollt er hat mich vorher entdeckt bevor ich den schwamm kriegen konnte also hier ist nur einer der ramaghani sehe ich auch die ganze zeit da ist april so es war gar nicht zu beschäftigen passen schwamm und weil irgendwo muss er mich scharf rumhängen ich vermute mal der wird sich irgendwas mit eisen versuchen zu machen das kann durchaus sein ja ja deswegen das ist richtig mies versuch noch mal ein bisschen von der seite an ihn ranzukommen hier scheiße ja oder er sieht mich hier oben dass ich aufpassen und kommt deswegen nicht ja das kann sein ich komme kommen wir kommen du zu mir und ich werde wir tauschen es mal die plätze ich werde mal loslaufen hast du noch ein schwert ich habe nur eins okay ich mache mir fix und hast du da um eine werkbank hingestellt oder irgendwas ich versuche mich mal unter wasser hier zu nähern da ist der scharf der holt gerade essen tötet kühe okay mit noch mehr oder weniger am sporen neben dem sporen okay oh shit da ist ramaghani ich habe mich jetzt nicht gesehen wir sind sie beide hier oben scharf hat gerade essen gegeben und scharf hat auch ein eisenschwert war nämlich dann im berg eisen suchen die haben beiden eisenschwert ich komme hier zurück die haben mich haben mich gesehen na super okay scharf ist noch oben beim schwamm wir werden jetzt auch kaum in der nacht angreifen weil du ja da noch die zombies hast das werden sie schwierig machen was für uns wieder ein leichter vorteil ist wo bist du ich habe mich hinten hinter unserem sporn also quatsch hinter unserem sporn wo unser schwamm ist hinten sozusagen ein bisschen reingebuddelt ein paar steine geholt wenn du noch ein paar hölzer abbauen kannst da bist du hast du noch holz im inventar ich muss aufpassen der ramaghan der ramaghan ist nämlich weg ich sehe nur scharf okay und creeper jetzt zumindest können wir uns dann steinschwerter machen und diese steinschwerter dann muss man gemein jetzt werde ich angegriffen von dem shit skelett dann muss man dann zusehen dass man gemeinsam los rennen so also ich habe jetzt auf jeden fall eine kiste beziehungsweise ich könnte eine kiste bauen wenn ich an den crafting table runterkomme ich habe jetzt acht scharf holt holz beide sind an ihrem gut dann kommen hier hinter dann kommen hier hinter ich hole jetzt gerade noch mal ein bisschen holz wann ist feierabend wenn der erste 50 50 punkte wir müssen dann wenn es morgen wird also wenn die sonne aufgeht bin ich eigentlich wieder angreifen deswegen wenn du die truhe hast komm hierher dann versteckt man die truhe das problem ist dass da kräfte table oder hast du ein ne ich habe da keine gestellt dann bau den crafting table doch ab ja genau deswegen ja an diesen am crafting table dann macht doch mit dem holz kräftigen table so ne jetzt ein baumstamm reicht doch für ein crafting table mach eine truhe gut okay pass auf die truhe stellen wir nämlich hier rein den crafting table bauen wir nochmal ab ja du cool schubser so jetzt tue ich mal das ganze den crafting table mal nicht das rein ne das den sand brauche ich das rein das rein das rein komm mal hier hoch ja moment ja jetzt ist der schwamm schon gleich weg ja super im moment haben wir nicht ja gut okay das kommen wir nicht hinterher der ist weg das heißt die nächsten zehn punkte für die ja wir müssen jetzt bloß ein bisschen taktisch woken wir können nicht einfach jetzt los rennen und hier machen wir noch den hin wo es noch natürlich aussieht wo sind jetzt das kraft ist jetzt hier hinter der kräftigen teil den stelle ich hier rechts daneben hin hast du noch holz was jetzt nicht ne 16 stück habe ich noch gut ich tue mal in die kiste das stein rein mach dir mal ein stein schwert wo ist der stein in der truhe hier warte mal du kriegst es erstmal hier ja gut die müssen wir braten deswegen ich tue die mal in die kiste wir haben hier setzlinge machen wir es so hast du jetzt ein schwein schwert ja dann tue alles andere was du nicht brauchst hier rein alles klar so jetzt bauen wir nämlich hier wieder sand davor das hat für ihn fleisch gereicht und jetzt nutzen wir nämlich die nach weil wir dann jetzt über land zu denen ach so schade ich kann ich kann nur sagen wir bauen wir rennen übernacht zu denen hier ist schon wieder ramaghani ok ich versuche abzufangen na toll ein schlag und ich bin tot also ich habe auch getötet der hat die ganze items da liegen ja dann nimm das ja ich bin ja auch getötet schoben dabei und ramaghani schneller als wieder alter was ja da kommt doch mal hierher das ist doch zum kotzen bleibt doch einfach nicht die ganze zeit stehen wenn ich sage kommen dann kommt doch auch mal die items da liegen ich sterbe da vorne liegen eisenrüstungen eisenschwerter und du regierst nicht mann ich muss auch erstmal sehen damit ich das hier überlebe ja aber die haben gleich ihre 50 punkte voll und dann war es das ja wir haben eh schon keine chance mehr die haben eisenrüstung die haben eisenschwerter ja das ist dann immer so schon beschissen deswegen ramaghani ist hier der beste damit weil er sie erstellt hat und ich kriege wieder so einen anfänger hier mit drin eh und dann nehme ich am anfang immer scheiße läuft dann läuft es die ganze zeit scheiße und das ist ist halt so pass auf krieg war von hinten da ist alles vor der creeper und zombies pass auf sie kommen wir müssen jetzt mal weg aber unser schwamm fehlt schon wieder da gerade wo ich ein bisschen aufgesammelt habe ja es halt doof wie gesagt auf der map ist eigentlich haben wir scharf eigentlich zwei das heißt ja gut wenn er nicht mehr versteht hat dann ist eigentlich zu zweit gegen den spielen und deswegen müsste ein team 3 drin sein in den anderen erinnern ich habe den ihren schwamm was ist denn das was du da zum handeln brauchst eier muss man hinschwimmen im zweifel aber du brauchst eier verrottet das fleisch und ich glaube spinnen fäden oder augen ja wie viel von jedem in etwa genug ich glaube 20 min und irgendwas diese ganzen scheiß viecher hier überall ja toll ich schlage ihn einmal oder zweimal er schickt mich einmal und ich bin sofort tot ich habe da haben wir keine chance so unser schwamm ist weg weil wir mal gar nicht den holt gerade weil ich weiß ich weiß ich hallo ja das ist ja super der war drauf ja der ist immer noch drauf ja was soll denn der scheiß jetzt haben wir die zehn punkte gekriegt aber das war ja zeitverzögert hoch 3 ja aber richtig der ist ja immer noch drauf hier weil jetzt ist er weg ja jetzt ist er weg aber ich wurde auch irgendwo hingeportet ja wir wurden hier zu unserem Spawn hingeportet aber trotzdem ey ja aber hier sind mein items auch alle weg das stimmt meine hoch läuft irgendwas noch nie richtig irgendwas irgendwas stimmt da nicht das müssen wir dann noch mal klären mit dem ein klärendes gespräch ja oder vielleicht ist das so gewollt dass wir vielleicht das alles erstmal ausgehen hätten nehmen müssen hm da kommt schon mehr ramagani halten irgendwie hin kann ich nur sagen ja keine chance keine chance ja und der andere hängt hier und hat einen bogen fahrer und weißt du wie beschissen das ist wenn ein schäfchen einen bogen hat da kannst du zickzack laufen der trifft dich trotzdem noch ja komm da haben wir keine chance ja komm da haben wir keine chance so das heißt unser schwamm ist jetzt weg wieder oder ich müsste jetzt ganz schnell mit zu dir kommen und müsste dir helfen den schwamm zu klauen ne wenn der wenn das eine team den den einen schwamm hat wird der andere schwamm zum festen block zu bedrock du kannst ihn dann nicht abbauen achso da ist doch schäfchen ich komme jetzt einfach mal von oben ran und schubs ihn da runter schaft du ja scheiße ich wollte ihn schlagen hatten dann immer verpasst und dann war es schon wieder vorbei aber ja keine chance wann gerade ja die kriegen die punkte quasi sofort das ist doch verarsche ja so irgendwas irgendwas haut da beim westmännchen ja das ist leicht deprimierend und das meine ich halt wir müssen uns vorher jetzt weißt du ungefähr wie das geht das nächste mal müssen wir uns wirklich einen schlachtplan für die ersten 1 2 minuten ausdenken ja im endeffekt mehr oder weniger sofort unter die erde und eisen holen ja dort wo wir am anfang waren weil dort hast du ja auch gesehen geht schäfchen immerhin sein erstes eisen holen weil da ist es quasi an der oberfläche und dann einfach offen schwamm den kenne zeit lassen eisen zu holen ja ja hatte mich sofort wieder gesehen ja aber ich bin nicht umgelaufen ja sehr schön dann versuche ich sie abzulenken indem ich jetzt so tue als würde ich nochmal ran nein er hat mich runter geschubst aber ich bin auch gleich wieder da aber ich vermute mal die auch ja aber gar nicht kommt da gerade ist hier aber gar nicht scharf verfolgt dich sind beide da ja ich bin einfach weiter gelaufen ja ich werde abgefangen nein nein wir werfen uns todesmutig in die in die in die in die in die schwerter nein nein ja 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 verdammt ja 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 Ich werfe ihn mit Eiern ab. Nehmen wir nur eine Blume zum Dank für dieses Schlachtefestival hier. Er hat ihn, er hat ihn. Ich kriege ihn. Ich haue ihn mit meinen Fäusten. Er bleibt stehen. Achso, er hat ihn schon in die Hand genommen, damit er ihn sofort setzen kann. Bei uns ist es dann mehr oder weniger 30, 40 Sekunden Zeit versetzt. Ja, ne? Dann müssen wir mit ihm noch mal reden. Das geht so. Das hat er mit Absicht so programmiert. Ja, das ist die King sofort. Na gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir wechseln mal den... Genau, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch.